Willkommen zur komplett überarbeiteten Version meines Webflow Online-Kurses. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite mittlerweile seit über 10 Jahren selbstständig als Webdesigner für eigene Kunden. Webflow war für mich genauso auch für tausende andere Kreative ein Game-Changer in meiner Karriere. Und nach etlichen Kundenaufträgen und auch hunderten kostenlosen Webflow-Tutorials auf meinem YouTube-Kanal habe ich einiges an Wissen über Webflow eben angesammelt und mich entschieden, genau dieses Wissen auch weiterzugeben und das Ganze in Form von diesem Webflow Online-Kurs. Und weil es so viel Nachfrage und auch positive Rückmeldungen gab, habe ich mich entschieden, den Kurs einfach nochmal komplett zu überarbeiten, besser zu machen. Und diese Version ist jetzt aktualisiert auch mit der komplett neuen Webflow Designer UI, genauso auch mit neuen Funktionen, die Webflow ja auch monatlich eben zum Designer neu hinzufügt. Zudem habe ich auch für den Kurs eben ganz neue Designs und Layouts als Vorlage erstellt, die wir im Kurs dann zusammen auch umsetzen. Und da war es mir wichtig, dass wir eben möglichst viele reale Szenarien auch abdecken. Und wie du hier siehst, gehen eben diese Designs von sehr einfachen Layouts bis hin zu sehr fortgeschrittenen. Du kannst also sicher gehen, dass alle gängigen Elemente, die eine Website so enthält, du auf jeden Fall nach diesem Kurs hier selbstständig in Webflow bauen kannst. Und alles, was wir zusammen im Kurs umsetzen, dient dir dann auch gleichzeitig als Template. Das heißt, ich teile mit dir eine Projektvorlage, die du dir kopieren kannst. Und dann kannst du auch die Inhalte, die Materialien und die Tricks aus dem Kurs eben bei deinen eigenen Website-Projekten anwenden. Bei den Kursinhalten habe ich besonders darauf geachtet, dass wir eben möglichst nah auch an realen Kundenaufträgen arbeiten. Das heißt, ich zeige dir auch immer wieder Einblicke in reale Aufträge von mir aus der Vergangenheit. Und wir schauen uns zusammen dort eben den Aufbau von meinen Webflow-Projekten an. Und das sind auf jeden Fall Einblicke, die ich sonst da draußen einfach so noch nie irgendwo geteilt habe. Der ganze Aufbau und die Lernmodule sind logisch unterteilt. Wir fangen also im Kurs selber mit den Grundlagen an. Und technische Details und Begriffe, die werden dir hier auch auf Deutsch erklärt, sodass du es auch wirklich von Anfang an eben verstehst. Im nächsten Schritt wenden wir sozusagen dann die Grundlagen auch direkt an und setzen erste Layouts um. Und das Ganze habe ich dann in so eine Art One-Pager verpackt mit verschiedenen Sektionen, die auch verschiedene Themenbereiche behandeln. Und immer wieder habe ich besondere Herausforderungen eben integriert, damit wir uns genau das auch ganz genau anschauen. Danach zeige ich dir, wie du mit einem Fluid-Design deine Seite komplett responsive machst, sodass sie auf allen möglichen Geräten eben richtig gut aussieht und auch funktioniert. Genauso lernst du natürlich auch die Unterschiede von dem eigentlichen Webflow-CMS zu anderen Content-Management-Systemen erkennen. Und ich zeige dir, warum das Webflow-CMS unheimlich mächtig ist. Und wir binden dann Stück für Stück eben gewisse Elemente oder gewisse Sektionen aus der Website eben auch an das CMS an, sodass der Kunde das selbstständig auch editieren könnte. Und dann schauen wir uns genauso auch komplexere Filtermöglichkeiten an, mit zum Beispiel einer Erweiterung wie den FinSuite Attributes. Und weil mir der Bereich Animationen besonders Spaß macht, zeige ich dir sehr, sehr gründlich und genau, wie man eben sehr einfache auch Animationen bauen kann. Und genauso aber auch sensationelle Animationen, die bei deinen Kundenaufträgen für den nötigen Wow-Effekt sorgen. Und als kleinen Bonus integrieren wir auch ein 3D-Objekt mit der neuen Spline-Funktion. Dann habe ich auch ein ganz neues Lernmodul erstellt mit 7 Videos, wo es explizit nochmal um das Thema Datenschutz und DSGVO eben von der Website geht. Das heißt, wir schauen uns verschiedene kostenlose, genauso auch kostenpflichtige Cookie-Banner-Varianten an, die wir dann zusammen mit integrieren. Und genauso zeige ich dir auch, wie du die nötigen Datenschutz-Texte generierst. Auch beim Website-Launch, genauso bei der Verknüpfung der Domain und auch eben bei der Zusammenarbeit mit Kunden kommt es vor allem auf Erfahrung an. Und dafür werde ich dir eben eine Checklist geben, dass du einfach gegenüber deinen Kunden ganz genau weißt, wovon du sprichst. Wenn du also die Abkürzung gehen möchtest und auch Webflow wirklich lernen willst, wie man das Ganze professionell angeht, dann ist, glaube ich, der Kurs hier wirklich die beste Wahl für dich. Du hast einen lebenslangen Zugang auch für alle zukünftigen Updates und neuen Videos, die ich eben zum Kurs hinzufüge. Zudem habe ich eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, du kannst einfach 14 Tage mal reinschauen und wenn dir irgendwas in dem Kurs nicht gefällt, du irgendwie nicht hinterherkommst und so weiter, schreib mir einfach eine Nachricht und ich werde dir dein Geld zurück überweisen, ohne Fragen zu stellen. Ich würde mich freuen, wenn du mal reinschaust. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann.